Also vor 15 Jahren wurde dieses Baby aus der Wiege gehoben und jetzt ist es schon so schön erwachsen und erfreut in Berlin so viele Menschen. Ich hoffe, das setzt sich noch so fort, damit es dann, wenn es schon selber Auto fahren kann, auch noch immer irgendwo in Deutschland seine Unwesen treiben kann. Liebe Vampire, herzlichen Glückwunsch zum 15. Jubiläum. Ich freue mich wahnsinnig auf die Show heute Abend. Ich wäre selbst mal gern wieder auf der Bühne als Alfred oder was auch immer. Und wer weiß, also feiert schön. Wir sehen uns bis dahin. Ciao. Hast du deine Zähne? Ich habe die tatsächlich noch öfter. Ich habe die gepostet. Tanz der Vampire, 15 Jahre, unglaublich. Also von mir aus alles, alles Gute an die Vampire. Weiterhin schön knackig zubeißen. Happy Birthday, Vampires. Have lots of fun. Viel Glück. Tanz der Vampire, alles Gute zum Geburtstag und Jubiläum. 15 Jahre. Das ist ja Wahnsinn. Das ist gut. Und wie waren wir viele Jahre dabei? Du warst drei? Ich war vier Jahre dabei. Ich war drei Jahre dabei. Das wird sieben Jahre zusammen. Ja, genau. Schweden Power. Yay. 15 Jahre Tanz der Vampire. Wir sind auch wahnsinnig bewegt. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich so improvisieren soll. Ich hatte früher immer meinen Text. Ja, wir sind ein bisschen gealtert, aber wir können es noch. Wir können es noch. Also wenn mir ausfällt, anrufen. Ja. Bonjour tout le monde. Ich bin Billy Dobler. Ich bin Sarah, dans Tanz der Vampire. Ich würde wirklich wünschen, einen superben Anniversaire an Tanz der Vampire. Und ich bin so froh, dass wir partei dieser super, super Show machen. Super, super. Super. Herzlichen Glückwunsch. 15 Jahre Tanz der Vampire. 15 Jahre Tanz der Vampire. Da gratuliere ich Roman Polanski zu diesem unglaublichen Stoff, den er da abgeliefert hat. Diesen tollen Film, der überhaupt der Anfang war. Ich gratuliere allen, die dann daraus ein Musical gemacht haben. Ich gratuliere uns, also den Menschen, die das dann letzten Endes jeden Abend auf der Bühne machen dürfen. Ich sage extra dürfen, weil es einfach so grandios ist, so schön ist, das zu spielen. Es ist wirklich eines der besten Stücke, möchte ich mal sagen, die es überhaupt gibt. Momentan auf dem Musicalmarkt. Und ich spiele es immer wieder gerne. Und 15 Jahre sind noch gar nichts. Das ist jung. Und wir wollen noch alle gemeinsam alt werden. Also. 15 Jahre Tanz der Vampire für mich bedeutet viel Blut, lange Zähne, viele Stunden, nie schlafen. Und vor allem, hier und da, ein guter Biss. Herzlichen Glückwunsch an der ganzen Kreativ-Team, danke und ich bin immer sehr glücklich, dass ich ein Teil von einer so speziellen, fantastischen Show bin. 15 Jahre Tanz der Vampire, was soll ich dazu sagen. Eine wunderschöne Zeit, natürlich habe ich in allererster Stunde nicht alles mitbekommen, ich bin natürlich späne dazu gekommen. Aber es ist für mich eine ganz, ganz große Ehre und wahnsinnig viel Spaß gewesen an dieser Show für doch fast drei Jahre zu produzieren. Also wir haben 15 Jahre Geburtstag und Happy Birthday für uns. Happy Birthday, Tschüss! Wir gratulieren 15 Jahre Tanz der Vampire. Happy Birthday! Happy Birthday auf weitere 15 Jahre. 15 Jahre Tanz der Vampire, wir sind stolz dabei zu sein. 15 Jahre Tanz der Vampire, wir sind ein wenig vom